ich will genau dahin platziert dass ich mir mein eigenes feld reinfahren muss um alles zu zerstören so habe ich sowas geahmt ich bin der terminator, sie lässt das rechnen also wir wollen ja machen nicht ich will nicht was hier irgendwie so ab und zu ist es echt mal schön so einen kleinen Mähdrescher zu fahren wo du in der Zwiedel Arbeitsbreite brauchst du auf der Karte brauchst du ja echt nichts breites ach sieh mal an jetzt bekomme ich auf einmal grüne Werte aha was für ein Witz ja ich werde es ausmachen müssen ok wo hast du denn zusammenschen wieso fährst du denn jetzt hier hin hä ach der Ding das ist heute ein Tag des Updates war wieso ja wenn bei bei Progress bekommt ein Update bei ATS hatte ich noch ein Update gehabt wird mich nicht wundern wenn gleich Windows dann wieder meckert ho update okay ja bei ich bin was das ist ja schon gleich fertig hat er jetzt echt nicht mal zwei Dingerfolge bekommen 3.600 3.600 wahrscheinlich schon zu einem abgeladen 3.600 ne ne echt krass also ich guck auf maximal auch noch zwei also zwei volle Ladungen heraus aus dem ja ich habe nicht mal zwei ich glaube also wenn ich das richtig sehr habe ich eine halbe so und er verfolgt es auch gerne mega jawohl dankeschön nahtag Public aber mir kommt jetzt am mittwoch der die Zuckerrüben dran sonst ja das große thema weil ich will kennen voll ernte benutzt ist und sich einfach auf der Hauptfälle rauf wir Fall auch nicht. Da alleine hast du ein arschgroßes Feld, weißt du? Mhm. Da habe ich auch schon was Schönes gesehen, was ich mal benutzen könnte. Also selbst von der Standard-Fahrzeuge her. Ich habe ja extra schon so ein Plätzchen dafür gebaut. Ich muss halt nur noch das mit dem Auto dreifklappen. Ja, sonst musst du ja einfach selber strecken einfahren. Ja, das habe ich sowieso vor, also wie gesagt. Und Steve, danke, aber ich beende jetzt. Auch das wird dieser Maus, ja. Ich hoffe, die kommt heute und dann. Ich glaube, ich werde wieder nach. Also, nee, die kommt ja heute, ne? Die kommt heute, hast du gesagt, ja. Ruckubärchen, danke schon auch für deinen Raid. Aber dann sage ich schon mal Dankeschön, dass ich wieder dabei sein dürfte. Ja, alles. Ich danke dir, dass du mit deiner zuckersüßen Stimme meine Ohrläppchen massierst. Auf jeden Fall. Alter, was ist das schon wieder für eine Startseite? Ach, hast du wieder sowas komisches? Alles da, Fanta. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag, ne? Ja. Hier. Das und das. Das ist schon. Ach du Scheiße. Mein Onkel. Mein verstopperer Onkel wird sagen, Oh, alles für den Arschbäscher. Sachen. Ja. Alter, das sind ja so viele Stunden online, oder? Mit so einer Sturmfrisur? Der Pazilo, das ist, der, der, bei Nilo ist unglaublich, der Pazilo, der donatet bei dem so viel. Ich schicke euch zu Nilo. Alles da. So. Spaß noch. Dankeschön. Ja, danke für die Raids. Ich schicke euch weiter, weil ich muss, ich kriege gerade Lieferung. Ich muss leider weg. Ich habe da noch was zu tun. Wir sehen uns. Deswegen, Dankeschön. Adios. Bis morgen.